Jetzt gehts los, ja. Jetzt gehts los. Direkt verrollen. Ja, also jetzt gehts dann, glaube ich, diese... Ja, voll. Jetzt gehts voll... Eigentlich voll breit, Alter. Ist das schön. Ui. Ich bin da wieder fast. Du, der Schiss. 50. Jetzt scharf rechts. Genau. Jetzt scharf links. Dann bleib wieder ganz scharf rechts. Genau, da musst du auch passen. Ja. Jetzt zwar rechts, komm. Jetzt gehts links. So, jetzt links. Schön weit rauskangen lassen. Alter. Jetzt kommt rechts, links, komm. Jetzt kommt rechts, links, komm. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Ich muss sagen, der geht ganz gut, oder? Ja. Ja. Ich muss sagen, der geht ganz gut, oder? Ja. Für 150 PS, Alter. Auf der Händenstrecke, da kannst du nichts sagen. Jetzt lange links gezogene, jetzt kommt eine gerade. Kommt der ekelhaft. Groß ist gerade. Genau. Und der Brücke ist ein Rubbel. Genau. Und dann gehts rechts, ne? Und dann gehts rechts. Dann kommt am Ende lang gezogen rechts. Ja. Das ist halt eigentlich nur ein bisschen. So, jetzt nach dem Rubbel gehts lang gezogen rechts. Ja. Alter, die Curbs hier, was zur Hölle. Jetzt... Ja, okay. Oh, Ringtaxi. Ja, okay. Jetzt lang links. Alter, what the fuck ist der schnell. Das ist ein Ringtaxi. Okay. Der macht den ganzen Tag nichts anderes. Ja, so sieht er aus. Ja, genau. Und jetzt ist das ein ziemlich schneller Vollgas-Teil. Alter, was sind denn das für... Immer noch? Ja, genau. Jetzt kommen links Kurve lang gezogen, danach ganz scharf rechts 90. Jetzt 90 Grad Kurve rechts. Kannst du nicht sprechen. Okay. Sehr gut, Thomas. Jetzt lange geradeaus. Mit leichten Kombinationen links rechts. Ja. Ja, bitte. Möchtest du ihm was sagen? Ja. Jetzt kommt der Hegelhauser da oben. Kommst du. Was jetzt hier ist. Jetzt links. Ja. Wieder rechts. Und dann kommt dieses. Die was zu macht. Jetzt kommt die ganz scharf links. Die macht zu. Die ist richtig scharf jetzt. Die macht richtig zu, die Kurve. Und jetzt wieder rechts. Ja. Richtig lieb, Alter. Das ist der Wahnsinn, Mann. Das macht richtig Bock. Ja. Und fuck. Und das ist nochmal ganz was anderes als wenn sie scheiß mal am Schluss sind. Ja, klar. Ja. So, nächstes ist langgezogen links. Und dann schärfer links. Vorsicht von der gelben. Jetzt rechts. Ja, schärfer rechts. Achja, das ist eine gelbe Flagge. Oder einfach. Das ist eine gelbe Flagge. Oder was ist hier? Davon hat es zumindest gebringt. Das heißt doch dann gelb, oder? Ich weiß nicht. Mal fahren weiter. Also der hinter mir fährt auf jeden Fall auch langsam. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Die hinter mir blinken nicht, wenn man das macht. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil die sehen so aus, als wäre eine Farbe. Wo ist denn hier grün? Ich weiß es nicht. Aber man müsste jetzt eigentlich wieder sein, oder? Ich glaube, ich habe es nicht vergessen. Wo ist denn hier grün? Hör mal, warte ein bisschen. Na ja, auf der Sicht. Nachbar von 3 überholt. Oder Mo, da kommen viele hinter uns. Ist ein bisschen was aufgeschaut. So, jetzt scharf fliegen. Das schaut nach einem guten Spot zum Gucken aus. Das ist ein Schein. Alter. Oh. Ich wurde abgezogen von dir. Klar. So, weiter. Kein Text. Weiter, geradeaus. Leicht gezogen. Jetzt geht es links, rechts, links immer mal wieder. Jetzt nächste Profe. 90 Grad rechts. Vorsicht. Macht zu. Ja, ich habe jetzt Vordermänner, nach denen ich mich ein bisschen richten kann. Das ist ganz gut. Aber die Kurve wäre schneller gefahren. Jetzt ganz lang gezogen, links. Ja. Mal sehen, wie gut es hier funktioniert. Mal sehen, wie gut es hier funktioniert. Leicht links. Genau. Ich habe das Handy in der Hand. Ich habe das Handy in der Hand. Außer wie es so richtig ist. Okay. Leicht rechts. Leicht rechts. Leicht rechts. Jetzt vorsicht scharf rechts. Leicht links. Leicht rechts rechts. oben rum. Fährst du, dann wäre ich durchs Karussell gefahren, glaube ich. So, jetzt kommt die nächste Kurve leicht links. Dann kommt aber eine ziemlich scharfe links und dann wieder rechts. Nach 90 Grad rechts. Geradeaus, recht gezogen, rechts, links. Nach rechts. Geradeaus, dann gezogen, rechts. Geradeaus, 90 links. 90 rechts, nächste Kurve. Da standen wir vorher, oder? Ja. Geradeaus, 90 rechts. Geradeaus, vorsicht, links, 90 scharf, gleich rechts, anschließend. Das ist die Stelle, wo es die ganze Leute immer rausflitzt, ne? Da unten. Nächste, leicht gezogen, links. So. Ahja, jetzt machen wir so eine... 1 rechts. Indy-Kombination, 90 rechts. Vorsicht, macht so. 2auges und 2, 2ahi und 2ahi und... Schaß. Right links. Wide rechts, Kombination aus rechts, links. Nächste Kurve, 90, rechts. Vorsicht, nächste Kurve, scharf, links, 90. Geradeaus, nächste Kurve, links, 90. Ein kleines Kurve nachher. Durch, Alter! Nächste rechts und dann kommt jetzt... Rechts, 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 rechts. Und dann haben wir es gleich. Dann geht es oben rechts. Und dann geht es jetzt auf die Dödinger Höhe. Jetzt der Dinger, der hier gerade muss. Vorne unten wurscht dann. Boah! Das ist ja ein geiles Ding, Alter. Ja. Boah, ich bin großartig. Ist schön streng, ne? Ja. Ja. Sehr viel genug. Ah, das macht viel Spaß. Guck mich hin. Ja, genau das hier. Ich bin mal einsladen. War in Säcke. Muss ich zugeben. Ja. Hat gepasst. Hier war es eigentlich genauso aufgeregt. Ja, das hat Spaß gemacht. Boah, mein Auto ist in der Masse. Ich hätte schon auch Bock, aber nicht mit einem fremden Auto. Oh, ne, ich bin nicht. Das müsste nicht sein. Kann man jetzt so zum Trickborgen oder im Falle machen? Ja, das kriegen wir nicht so mal. Das ist ein Heimatwerk. Ja, kann man selbst tun? Das ist egal. Wenn du unbedingt zum Trickborgen bist, kann man das gar nicht machen. Ich kann morgens machen. Ah, nee. Heute ist Open Hitlane. Ich weiß nicht, was das heißt. Na, das ist ja alles zu tun. Aber das ist ja alles zu tun. Da warten. Ich glaube nicht. Jetzt machen wir erstmal kurz auf den Parkplatz.